Das nennt man Fortschritt, John. Der braucht nicht ihre Erlaubnis. Die sind halt schon. Du hattest recht. Sie bauen eine Stadt. Wir machen es auf meine Art, verstehst du? Ich will alles, was John Dutton hat. Ich brauche dich mehr als sonst. Wen soll ich bekämpfen? Leider jeden. Das ist nicht Dame, Junge, das ist Schach. Und du misst dich mit Meistern. Die kommen. Alle Menschen sind schlecht. Doch ein paar von uns versuchen wirklich gut zu sein. Ich bin die Vergangenheit. Und die holt sie ein. Sie haben vergessen, wer im Tal das sagen wird.